Musik Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute Morgen so zahlreich hier erschienen sind und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an den Medien in Nordrhein-Westfalen und an die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die uns so massiv und wunderbar unterstützt haben und auch die Wähler und Wählerinnen. Ich hatte am Samstag noch unheimlichen Zuspruch an den Infoständen. Es hat jetzt leider nicht geklappt. Ja, vieles ist bereits gesagt worden, aber lassen Sie mich bitte noch zwei andere Dinge anmerken. Wir haben ganz klar unser Wahlprogramm abgearbeitet. Wir haben wirklich eine Checkliste gemacht, was wird jetzt angegangen in den nächsten Zeiten an Anträgen. Genauso gut haben wir SPD und Grüne vor uns hergetrieben. Und dort in Nordrhein-Westfalen, wo Quartiere auseinanderfallen, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft, haben SPD und Grüne die soziale Wohnraumförderung zusammengestrichen. Sie haben sie zusammengestrichen mit der Begründung, man brauchte sie nicht mehr. Und das stimmt nicht. Wer Nordrhein-Westfalen und bestimmte Quartiere und Kommunen kennt, der weiß, dass es wichtig ist, dass eine soziale Wohnraumförderung auf sichere Füße gestellt wird. Auf unseren Druck hin sind noch mal 50 Millionen aufgesattelt worden. Aber wir wollten, dass dieser Originalzustand von einer Milliarde wiederhergestellt wird. Das ist abgelehnt worden. Mit der Begründung a, man braucht es nicht, und b, es sei angeblich kein Geld da. Ein weiterer Punkt ist natürlich das von uns geforderte echte Sozialticket. Flächendeckend. Auch das ist uns nicht zugestanden worden. Auch wieder mit der Begründung, es sei kein Geld da. Wir haben Berechnungen vorgelegt. Und noch mal zur Information. Diese Neuwahlen in Nordrhein-Westfalen kosten 45 Millionen Euro. Das Sozialticket hätte 35 Millionen Euro gekostet. Das muss den Menschen in Nordrhein-Westfalen erst mal erklärt werden, wie eine rot-grüne Minderheitsregierung ganz bewusst 10 Millionen Euro mehr in Kauf nimmt, um Neuwahlen eben zu initiieren. Das andere ist der Bildungsbereich. Sie wissen, ich bin Lehrerin und ich weiß, wie es an Schulen zugeht. Und das, was dort an dem sogenannten Schulkonsens aufgebaut worden ist, wir sagen dazu Schul-Nonsens, das ist eine erneute Schulform, die niemand braucht. Die niemand braucht. Und dort ist es auch wieder von SPD und Grünen hinbekommen worden, dass die Verantwortung in die Kommunen, die ohnehin schon so gebeutelt sind, abgeschoben worden ist. Die Kommunen müssen das Ganze jetzt wieder austragen. Und auch Kinder und Kolleginnen und Kollegen und Eltern. Es ist keine verantwortungsvolle sogenannte präventive Politik, was Frau Kraft dort in Nordrhein-Westfalen in der letzten Zeit betrieben hat. Anfangs dachten wir, es geht vielleicht in die richtige Richtung. Der soziale Touch ist vorhanden gewesen. Ja, sie wollte auch das Negativum der Hartz-IV-Partei abstreifen. Aber zunehmend haben sie sich wegorientiert. Wegorientiert von dem sozialen Gefüge. Und wir wissen ganz klar, was jetzt in Nordrhein-Westfalen kommen wird. Es wird weiter gekürzt, das ist klar. Und vor allen Dingen, es wird sich weiter wegentwickelt von einer sozialen Politik. Und ich kann Ihnen auch sagen, so wie es meine Vorredner und Vorrednerinnen gesagt haben, wir sind da, wir sind in den Kommunen verankert, wir sind in der Bewegung verankert. Und wir werden weiter unsere Stimme erheben. Wir lassen uns nicht kaputt reden. Danke. Danke.